Der Heilige Rebbe von den Blinden Der Heilige Rebbe von den Blinden, bei den vielen Rebben, in der ganzen Welt, ist er einmal gefahren mit den Gesiedern zusammen auf der Planung, auf der Schabbos anzustellen. Demmaßen sind sie nicht umgekommen zu dort, wenn man gedacht, umgekommen Schabbos, aber es geschafft, aufzustellen mit dem Weg. Wenn man sagt, hat der Heilige Rebbe von den Blinden gesagt, von den Gesiedern, lasst mich dem Schabbos ruhig. Das meint sie sagen, nicht du kein Rebbe mit den Gesiedern, dem Gesiedern. Also normal, ein Rebbe mit den Gesiedern, kommt du, wuah, man sagt, du, 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 und zwar im Leben des Lebens이라us. Es ist in der Zeit, dass die Aksanje war, aber er sei kurz, zu lange verblieben. Das ist ein Leben langer porfitter zu. Und so, es ist dauernd vor Ort, bei der noch ein paar Jahren zwei. Das ist ein Spiel, wo man als älteren Steine aufsieht und sagt, es wird oft hier die Gesäuze, da wird es endet die ganze Sache. Das ist richtig, wenn man die älteren Steine rett, den Steine auf dem Steine ist, und da hat man wieder Hilfe zu essen. Er sagte, nein, nicht die ganze Zeit, die ich dort nicht habe, ich habe gesagt, ich weiß nicht, wenn wir gar nicht mehr hier sind. Er sagte, nein, ich kann essen bei euch auch jetzt. Er sagte, ich habe nicht größere Sachen, ich habe nicht größere Siedes. Er sagte, ich darf nicht mehr wie ein Kizah ist, ich darf nicht mehr wie ein Kizah ist. Er sagte, okay, ich darf nicht größere Sachen. Er sagte, ich habe nicht größere Sachen. Er sagte, er hat sich gegessen. Er versteht sich, dass er in der Siede fragt der Jied, fragt dem heiligen Häuser von Lublin, welche Stutt sind hier? Er sagte, ich bin von Lublin. Lublin! Oh, waaah! Wo ist das denn mit dem Rebbe? Der bekanntere Rebbe? Der größte Rebbe. Der größte. Der größte. Ich weiß nicht, wie anders geht. Oh, waa! Ich habe keine Ahnung. Ich will ihn noch wegnehmen. Noch, noch. Schöne, verzeih mir. Ich habe größere Sachen. Nein, nein. Was geht nicht vor? Er redet sich mit den größeren Slaves. Er sagte, ja. Er sagte, ich habe nicht mehr hier nachher, in der Rebbe. Der heilige Häuser fragte, wo ist er mit dem Häuser? Der schaute. Ich habe eine Ahnung. Ich habe immer wieder eine Ahnung. Ich habe nur das. Ich habe nur die Ahnung. Ich hatte die engel von mir in Kette, ein kleiner Janke Witsel. Wenn ich mich nicht zu schüren, kann ich nicht zu schüren? Ich habe das nicht zu schüren. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht mehr als Klasse. Ich verstehe, dass die engel-Geschichte hat. Ich habe das nicht zu schüren. Ich hab mir immer gefragt, wenn ich mich nicht mehr als Klasse habe. Wie ist das nicht mehr? Ich habe das Wort nicht gewählt. Ich verstehe, dass ich nicht so gut bin, ich will nicht glauben. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ich habe mich gewonnen, wie ich so ein Kind ist. Ein Kind, ein Kind, ein Kind. Sie kommt zum Davenen und sagt, Ich will nicht Davenen. Ich muss ihn noch nicht sehen, wie läuft er weg? Wo ist das denn? Alle Kinder Davenen? Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe gesehen, wie ein Kind in der Welt ist, in der großen Flügel, in der Welt. Ein Kind in der Welt, in der Grieb. Wir sind dort viel mit Bienen, viel mit, äh, bekante Grieb, viel mit Fliegen, mit Sticheligen, Moskitos. Die Grieb, die Grieb, von der Grieb, von der Grieb, von der Grieb, die Tomaten, die Gewinn, die alle in der Welt. Sie sagt, wie er geht daran in dem Grieb. In dem Grieb, in der Welt zu stöchen, und er macht sich zu daugen und er schreit er aus, Schmai, Yessru, Eil Hashem, Eil Keini, Hashem Eichot. Und ich glaube, dass ich sage, ich habe schon mehr Keine Mugonisch getehen. Aber das ist das, was das, was erinnert. Sie können jeden Tag sich anlegen, in der Grieb, in der Grieb, in der Gieb, in der Gieb, in der Gieb, in der Gieb, in der Gieb des Hauses, und der Gieb des Hauses, aber ich habe auch alles von der Blin mit so einer Pamelie. Das heißt, die Jungs haben die Stetel daneben. Sie haben dort gegessen auf der Malka. Und noch mal auf der Malka, die Heilige Gehäuse von der Blin wird vermieden, dass man zurückgeht zum Stutt und mit Lava-Zahn, die ganze Lava-Zahn und von Neba-Lachsanya mahnen. Das ist ein Mikrein Schabbos. Wenn man sagt, wo sie leben in sich in der Maße, jetzt müssen wir die Maße erzählen von der Tzadik, der Stamm, von der Heiligen Reben von der Blin. Es ist geregelt zu wissen, dass die Sache, die Menschen sich in seiner eigenen Garbages finden. Die Sache macht sich im Leben, die Menschen sich in seiner eigenen Garbages finden, die Menschen sich in seiner eigenen Garbages finden. In demels ist der Zeit, mit Kaboztan, allmalka Schummeim. Schmai, Jesu, Schamadakai, Nischem Eichhaut. Wir wissen, dass der Reboi der Schlam ist mit Inz. In der Reboi der Schlam ist der Heat of Inz. Lohm, erhob, mag ich schmack, gelächte, gedruckte, sich zu bewegen, bis dahin, bleibt gebetcht. Inz. 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 Inz.